Einen flauschigen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. In dem heutigen Video zeige ich euch, wie man mit jedem neuen Kit in Sky Wars gewinnen kann. Wundert euch nicht über die etwas schlechtere Qualität, das Ganze haben wir in einem Livestream gemacht, denn ich bin fast jeden Tag auf meinem Zweitkanal. Erster Link in der Beschreibung live und das Ganze haben wir im Livestream zusammen durchgespielt, die ganzen Kits und mit denen auch gewonnen und das Gameplay werdet ihr jetzt sehen. Und das nehme ich auch. Oh, wir haben nicht mal den Stärketrank, wir haben eigentlich gar nicht zum Kit gebraucht, okay. Ja, aber mit dem Stärketrank wäre das wahrscheinlich noch schneller gewesen. Okay, Hulk-Kit haben wir schon mal gewonnen, dann gehen wir jetzt zum nächsten Kit über und das ist das Flash-Kit. Da erhalten wir einmal Lederrüstung, wahrscheinlich komplett und zweimal Trank der Geschwindigkeit, äh ja, der Schnelligkeit. Okay, bauen wir uns auch schneller hoch, ich weiß es gar nicht. Aber, wir bauen uns auf jeden Fall schneller, was schon mal cool ist. Okay, egal. Wenn wir ihn jetzt schon wegen Falschern runterkriegen, das wäre natürlich genial. Okay, einmal Hit, zweimal Hit. Oh, pala, also na, hör mal. Ja, und jetzt wieder verkriechen, ne, das kannst du gut. Och, komm. Jetzt mach doch nicht diesen 31er. Du kommst runter und dann haust du wieder ab. Ja, so. Sehr gut. Yes. Oh. Okay. Direkt. Direkt mit dem Kit gewonnen. Okay, Hulk und Flash abgejagt. Nächstes Kit. Wenn der gleich kommt, den kicken wir runter. Ich sag's. Auf Anseilwelle. Hier ganz normal, ohne sich versucht hochzubauen. Wir kicken ihn runter. Was ist das für ein Knockback-Einstick? Da war gar kein Knockback drauf. Wollt ihr mich verarschen? Das war doch kein Knockback. Das war genauso, als würde ich mit meinem Schwert spielen. Ach, komm. Ach, komm, nee. Nee, du hattest so das gute Equip. Und dann pop... So, du bist weg. Nächster und letzter. Okay, let's go. Let's go. Oh, oh. Nein, nein. Komm, 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 komm. Ja, jetzt halte ich noch erst mal. Ne, wahrscheinlich. Runter mit dir. Runter von der Insel. Runter von der Insel. GG. GG. Survival Games Kit. Easter. Dann holen wir uns dort direkt den ersten Gegner. Das ist blau. Okay, wenn wir den... Sehr gut. Haben wir. Let's go. Nein. 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 Okay. Blau wurde vernichtet. Das heißt, wir haben gewonnen. Okay. Oh, Ehrenmann. Der Teammate. Ehrenmann. Ehrenmann. Wir müssen ihn rauslocken. Wir müssen ihn nach oben locken. Und dann hauen wir ihn runter. Dann hauen wir ihn runter. Dann verreckt er Wind. Das ist uns an Fallschaden. Wenn er nicht Copwebs oder sonst Wasser platziert. Wir machen uns noch eine Angel. Weil der wahrscheinlich was zum Werfen hat. Und tschüss. Nein, 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 nein. Runter, runter, runter. Uh. Ja. Nein. Moment mal. Das machen wir weg. Oh, sehr schön. Okay. Ich würde sagen, wir haben alle Kids durch, oder? Wir schauen mal ganz schnell. Hier gehen wir da oben rein. Nein. Okay. Team. Okay. Also. Wir haben Zombie. Nee, wir. Zombie war nicht neu. Hulk haben wir. Flash haben wir. Magier ist nicht neu. Survivor. Clan War. Und Schamane. Alle Kids. Alle neuen Kids. Mit allen neuen Kids haben wir jetzt gewonnen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Abonnieren. Glock aktivieren. Jeden Montag, Mittwoch und Freitag. 15 Uhr gibt es ein Video auf dem Kanal und auf dem Hauptkanal, auf dem Zweitkanal fast jeden Tag um 16 bis 16.30 Uhr einen, also nicht bis, aber in der Zeit fängt es an, gibt es einen Livestream. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal im Stream oder beim neuen Video. Outline und ciao, Leute. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.